Hi und willkommen zu diesem kleinen Testvideo zur X-Layer Powerbar 20.000. Diese ist einer meiner absoluten Geheimtipps, wenn du derzeit eine Powerbank der gehobenen Mittelklasse suchst. Warum? Wir haben hier eine Powerbank mit 20.000 mAh Kapazität, zwei 65 Watt USB-C Ports und einem Preis von, ja, plus minus 70 Euro. Das ist tatsächlich ein sehr attraktives Paket. Wollen wir uns in diesem kleinen Testvideo einfach mal ansehen, wie gut die Powerbank wirklich ist. X-Layer setzt bei seiner Powerbar auf ein, ich würde sagen, recht ungewöhnliches Gehäuse. So ist dieses, ja, sehr blockig, halt passend zu dem Namen Powerbar. Dabei ist das Gehäuse äußerlich komplett aus Aluminium gefertigt. Hierdurch wirkt die Powerbank sehr, sehr stabil, sehr fest. Die kannst du packen, da hast du nicht das Gefühl, hier kannst du nichts eindrücken, sondern das ist ein massives Gehäuse. Lediglich das Front- und Endstück bestehen wie üblich aus Kunststoff. Dafür, dass die Powerbank hier 20.000 mAh hat, was nicht wenig ist, und 65 Watt Ausgangsleistung, ist diese mit 104 x 48 x 48 mm durchaus recht kompakt. Auch das Gewicht ist mit 394 Gramm nicht zu viel. Überraschend im Anbetracht des Aluminiumgehäuses. Wir können uns das Ganze mal ganz kurz im Vergleich ansehen. Ich habe jetzt hier eine Waage. Legen wir die Powerbank mal auf die Waage. Da, 394 Gramm. Ich hoffe, du kannst es so halbwegs lesen. Zum Vergleich habe ich hier die Anker Powercore 24K für Laptop. Diese Powerbank hat auch 65 Watt. Gut, ein bisschen mehr Kapazität mit 24.000 mAh, aber ich nenne es mal selbe Liga. Die Powerbank kommt auf 496 Gramm. In-U 25.000 mAh Powerbank, ebenfalls 65 Watt Ausgangsleistung, 487 Gramm. Anker Powercore 20K, nur 20.000 mAh und 20 Watt USB-C Port, 483 Gramm. Du siehst also, die Powerbar 20.000 mAh ist im Anbetracht der Leistung und der Kapazität tatsächlich relativ leicht. Was mir gefällt. Sicherlich das Spannendste an dieser Powerbank sind die Anschlüsse. So haben wir auf der Oberseite zwei USB-C Ports mit jeweils 65 Watt und zwei USB-A Ports mit 18 Watt Quick Charge. Erstmal eine wirklich hervorragende Ausstattung. Ich habe jetzt hier beispielsweise an der Powerbank mal ein Dell X-Pay 17 angeschlossen. Du kannst sehen, das lädt jetzt hier gerade im Standby so circa mit 52 Watt. Also das passt. Ich habe die Powerbank natürlich auch mit diversen anderen Geräten verwendet. Wie beispielsweise hier in meinem Apple MacBook, welches wahrscheinlich mal wieder recht voll ist und deswegen nicht mit dem vollen Tempo lädt. Aber wir können es ja mal ganz kurz anschließen. Dass du einfach siehst, prinzipiell das Laden funktioniert. Hängen wir es mal dran und gucken. Ich habe es auch mit dem Apple iPad Pro ausprobiert, mit der Nintendo Switch, dem iPhone 14 Pro, auch mit diversen Android-Geräten. Überhaupt keine Probleme. Die Powerbank funktioniert genauso, wie wir uns das wünschen. Siehst du jetzt hier, das MacBook wird geladen. Ein bisschen langsam, weil es gerade recht voll ist. Und im Standby, kannst du sehen, wenn ich es aufklappe, geht es etwas schneller. Funktioniert soweit wunderbar. Überhaupt keine Kompatibilitätsprobleme oder ähnliches. Allerdings gibt es hier durchaus ein paar Punkte zu beachten. Zunächst X-Layer, ja, ich würde sagen, ist jetzt hier ein bisschen ungenau mit zwei 65 Watt Ports, denn hier ist mir was aufgefallen. Wir sind jetzt hier in USB-C Port 1. Wenn man die Kamera scharf stellt, du kannst sehen, wir haben maximal 20 Volt, 3 Ampere. 20 mal 3 sind 60, nicht 65. Wenn ich jetzt in den zweiten USB-C Port gehe, da haben wir 20 Volt, 3,25 Ampere. Das heißt, nur USB-C Port 2 ist 65 Watt, USB-C Port 1 ist 60 Watt. Das ist etwas kurios. Gut, der Unterschied 60, 65 Watt, das spielt in der Praxis überhaupt keine Rolle. Also wirklich nicht. Aber ich finde es halt kurios, dass hier beide Ports auch mit 65 Watt gelabelt sind, obwohl der eine halt nur 60 Watt hat. Okay, spielt jetzt in der Praxis keine große Rolle. Was du hier auch sehen kannst, ist, dass beide USB-C Ports eine PPS-Stufe haben. Und zwar, wir haben hier sogar genau zwei PPS-Stufen. Du kannst sehen, wir haben 3,3 bis 21 Volt bei bis zu 3 Ampere. Wieso ist PPS wichtig? PPS spielt für Notebooks keine Rolle, für Apple-Geräte keine Rolle. Allerdings, wenn du hier ein Samsung Galaxy S, sagen wir mal, 23 Ultra dran laden willst, ist PPS wichtig. Ohne PPS lädt beispielsweise das S23 Ultra mit maximal 14 Watt. Mit PPS würde das S23 Ultra an dieser Powerbank mit ca. 25 Watt laden. 14 zu 25 Watt ist schon ein großer Unterschied. Dabei ist PPS komplett optional. Nicht jede Powerbank hat PPS, nicht jedes Gerät muss PPS haben. Es ist komplett dem Hersteller überlassen, ob das halt vom Gerät unterstützt wird. Das ist jetzt hier der Fall. Allerdings könnte diese Powerbank jetzt beispielsweise ein S23 Ultra, um dabei zu bleiben, nicht mit den vollen 45 Watt laden. Dafür bräuchten wir eine größere PPS-Stufe mit bis zu 5 Ampere. Wir haben hier nur bis 3 Ampere entsprechend maximal 25 Watt in Kombination mit Samsung-Smartphones. Allerdings ist diese bis 5 Ampere Stufe bei Powerbanks in der 60 Watt-Klasse auch nicht normal. In der Regel schaffen das die 100 Watt-Modelle und nicht die 60 Watt-Modelle. Ebenfalls musst du bedenken, wir haben zwar schöne viele Anschlüsse und auch dieses kleine Display, das dir den Ladestand anzeigt. Die vielen Anschlüsse bringen dir in der Praxis nicht viel. Denn wenn du hier mehr als ein Gerät verbindest, beispielsweise beide USB-C-Ports nutzt, werden diese hart gedrosselt. Und mit hart gedrosselt meine ich tatsächlich auf 5 Volt 2,4 Ampere. Das heißt, Notebook plus Smartphone gleichzeitig laden, nein, geht nicht. Du kannst maximal ein Gerät halt schnell laden, ansonsten alle anderen Geräte werden dann halt langsam geladen, sobald du mehr als eins verbindest. Ist ein bisschen blöd, diese statische Drosselung und dass diese hier auch, ich nenne es mal, relativ hart ist. Wie diese harte Drosselung aussieht, kann ich dir auch einmal ganz kurz vorführen. Ich habe jetzt hier beispielsweise einmal nur einen USB-Power-Delivery-Trigger verbunden und du siehst, wir haben weiterhin die ganzen Power-Stufen, alle Leistungsstufen sind voran. Ich versuche mal, ob ich das irgendwie so mit einer Hand hinkriege. So, ich verbinde jetzt meinen zweiten Power-Delivery-Trigger. Das heißt, die Powerbank denkt gleich, da wird ein zweites Gerät mit ihr verbunden. Und, du kannst sehen, beide sind ausgegangen und ja, plötzlich haben wir hier nur noch eine, kannst du sehen, 5 Volt, 2,4 Ampere Stufe. Und hier haben wir gar keine Power-Delivery-Stufe, also haben wir hier reines 5 Volt, 2,4 Ampere. Ja, das ist ein bisschen schade, andere Powerbanks neigen hier zu einer, ich nenne es mal, sanfteren Drosselung beispielsweise, dass beide Ports dann noch 30 Watt haben. Die hier drosselt sich halt komplett hart runter. Heißt, gleichzeitiges Laden von Notebook und Smartphone funktioniert so in der Praxis nicht. Mehrere Smartphones könntest du parallel laden, aber halt dann nur langsam. Ein Gerät hingegen kannst du halt schnell laden, da taugt die Powerbank dann halt auch für, ich nenne es mal, mittelgroße Notebooks durchaus. MacBook Pro 13 ist kein Problem, auch ein Dell X-Pers 13 ist kein Problem. Dell X-Pers 17 funktioniert zwar auch, aber aufgrund der Kapazität von 20.000 mAh würde ich die jetzt nicht sagen, nicht empfehlen für ganz große Geräte. Aber ich nenne es mal so die 13 Zoll Notebook-Klasse würde hier wunderbar funktionieren, sofern du nicht mehrere Geräte gleichzeitig verbindest. Für Smartphones sowieso kein Problem. Kommen wir auf die Kapazität zu sprechen. X-Layer verspricht hier eine Kapazität von 20.000 mAh. Kommt die Powerbank wirklich auf 20.000 mAh? Na, nicht ganz. Ich teste die Kapazität von Powerbanks an solch einer elektronischen Last. Was tut diese? Ich kann hier im Grunde genommen einfach ein Entladetempo einstellen und diese zieht die Powerbank halt leer und misst dabei halt, wie viel Energie ich aus der Powerbank entnehmen konnte. Beispielsweise, ich habe jetzt hier gerade auf 9 Volt 1 Ampere gestellt. Kannst du sehen, 9 Volt 1 Ampere. Und die elektronische Last entlädt diese jetzt von 100% auf 0% konstant mit diesen 9 Volt 1 Ampere. Ich könnte auch hochgehen, beispielsweise auf 9 Volt 2 Ampere. Ich könnte die Spannung noch hochdrehen. Das ist jetzt hier 9 Volt 2 Ampere. Ich könnte jetzt auch hochgehen mit der Spannung auf beispielsweise, sagen wir mal, jetzt laden wir mit 15 Volt 2 Ampere, also 30 Watt. Kann ich hier machen, wie ich das gerade möchte und wie ich es für sinnvoll halte. Hier kam ich im besten Fall auf eine Leistung von 17.168 mAh, was circa 86% der Herstellerangabe entspricht. Das ist ein, ich würde sagen, durchschnittlicher bis guter Wert. Wieso sind 86% der Herstellerangabe gut? Der Hersteller wirbt ja mit mehr. Die Herstellerangabe bei so gut wie allen Powerbanks bezieht sich immer auf die Akkuzellen, die im Inneren verbaut sind. Beispielsweise hier werden jetzt 20.000 mAh verbaut sein. Allerdings durch das Entladen, durch das Wandeln der Spannung auf beispielsweise 15 Volt, 9 Volt, 5 Volt, 20 Volt und so weiter, geht halt etwas Energie in Form von Wärme verloren. Entsprechend kommen wir halt nicht immer genau auf die Herstellerangabe. Genau genommen kommen wir so gut wie nie auf die Herstellerangabe. Ich glaube, in meiner ganzen Zeit bei TechTest, da habe ich bisher, ich schätze mal, so um die 150 Powerbanks getestet. Irgendwie drei Modelle haben die Herstellerangabe in der Praxis wirklich erreicht. Alle anderen sind drunter geblieben und ja, ich würde sagen, so alles 80% plus ist hier völlig normal und okay. Im schlechtesten Fall kamen wir allerdings nur auf 78% der Herstellerangabe mit 15.672 mAh. Dies allerdings beim sehr langsamen Entladen, 5 Volt, 1 Ampere, ist oft der Fall, dass Powerbanks, die mit etwas mehr Leistung haben, dann halt beim super langsamen Entladen etwas ineffizienter sind. Aber das passt. Also die Kapazitätswerte sind hier völlig in Ordnung. Die Powerbank ist nun leer. Wie lange dauert das Wiederaufladen der Powerbar? Prinzipiell kann die Powerbar mit circa, ja, 50 bis 60 Watt laden. Ich habe diese jetzt hier beispielsweise ein 100 Watt USB Power Delivery Ladegerät angeschlossen. Aber ein 60 Watt Ladegerät würde schon nicht nur das volle Ladetempo bringen. Du kannst sehen, Powerbank ist zwar gerade schon recht voll. Ja, Kamera will nicht fokussieren. Aber ich hoffe, du kannst es sehen, sie lädt immer noch mit 50 Watt plus. In meinem Test dauerte eine vollständige Ladung der Powerbank circa eine Stunde und 45 Minuten. Das ist tatsächlich sehr, sehr flott. Also das ist ein Ladetempo, welches mehr als beachtlich ist für eine Powerbank dieser Klasse. Ebenfalls sehr gut im Test war die Ladeeffizienz. Diese lag zwischen 73% und 85%, was für eine Powerbank, ja, ich würde es fast schon sagen, ein gehobener Wert ist. Was bedeutet Ladeeffizienz? Also hierbei vergleiche ich, wie viel Energie die Powerbank zum Aufgeladenwerden benötigt, verglichen mit der Energie, die man später entnehmen kann. Hier sind halt alles über 80% ist tatsächlich für eine Powerbank schon recht gut. Die meisten Modelle landen so im Bereich 70, 60, 70%. Bis zu 85% ist also schon top. Kommen wir zum Fazit. Was halte ich von der X-Layer Powerbar 20.000? Ich mag die Powerbank und ich halte diese auch für derzeit einen der größten Geheimtipps auf dem Markt. Warum? Wir haben hier eine ordentliche Kapazität in der Praxis um die 17.000 mAh. Wir haben zwei 60 bzw. 65 Watt USB-C Ports. Und wir haben ein recht kompaktes Gehäuse. Die Powerbank ist tatsächlich relativ klein und auch sehr, sehr leicht. Unter 400 Gramm. Vergleichen wir das hier beispielsweise mit dem Anker Powercore 20K, einer Standard-Powerbank. Die hat nur einen 20 Watt USB-C Ausgang. Und du kannst sehen, ja klar, die X-Layer ist ein gutes Stück dicker, aber unterm Strich ist die Anker Powerbank um einiges größer und wiegt auch fast 100 Gramm mehr. Also das ist hier schon beachtlich, was hier X-Layer an Leistung in so einem kleinen und schönen Gehäuse untergebracht hat. Damit ist die Powerbank ideal für, ich würde sagen, mittelgroße Geräte. 13 Zoll Notebooks, Tablets, Spielekonsolen, Steam Deck, Nintendo Switch oder ähnliches würde hier super zu dieser Powerbank passen. Beziehungsweise die Powerbank super zu diesen Geräten. Allerdings auch für Smartphones. Wir haben beispielsweise den PPS-Standard. Damit arbeitet die Powerbank auch in Kombination mit Samsung-Smartphones sehr schön flott. Super. Das Einzige, was ich an dir kritisieren muss, ist halt die Drosselung der USB-C-Ports. Verbindest du hier zwei Geräte mit der Powerbank, drosselt diese sich ins Bodenlose. Das ist ein bisschen blöd. Das heißt, in der Praxis würde ich empfehlen, nie mehr als ein Gerät mit der Powerbank zu verbinden. Was natürlich die vier Ports ein bisschen macht. Aber naja, abseits davon eine wirklich super Powerbank. Auch das Ladetempo 0 auf 100 in einer Stunde und 45 Minuten an einem 60-Watt USB-C-Port, äh USB-C-Ladegerät. Weltklasse. Viel besser geht's gar nicht. Und hier kommt noch der Preis ins Spiel. Um die 70 Euro ist ein sehr, sehr faires Angebot. Und ja, es gibt durchaus auch von den Chinesen hier Inyu 25.000 mAh Powerbank, die noch eine etwas bessere Preis-Leistung haben. Aber ich würde sagen, X-Layer hat hier mit der Powerbar 20.000 eine sehr runde Powerbank zu einem sehr, sehr fairen Preis geschaffen. Von daher kann ich diese derzeit nur empfehlen. Eine super unproblematische Powerbank mit sehr, sehr guter Leistung und kompaktem Gehäuse. Ich bin hier absolut zufrieden. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video konnte dir etwas weiterhelfen. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen.